Also wir glauben einfach, dass es ganz ganz wichtig ist, weil ich finde, oder wir beiden finden Sex ist eine gute Sache. Ich glaube, das sieht jeder so und das Wichtige ist halt echt, auf sie aufzupassen und das ist auch gar nicht so schwer. Es gibt ganz einfache Dinge, ganz einfach kann man das machen, immer schön Kondom benutzen und dann kann man so feucht-fröhlich durch die Gegend springen wie mein Bruder. Und ja, von daher, das ist einfach, das ist das Einzige. Also ich bin total der Jacken-Fan, also ich habe glaube ich, keine Ahnung, ich kann sie nicht mehr ziehen, ich habe meinen ganzen Kleiderschrank voll mit Jacken, ich liebe Second-Hand-Jacken und ich liebe es irgendwie durch die ganzen Läden zu laufen und so. Und Tom ist ja eher so der Hip-Hop-Freak und passt nicht so richtig zur Musik. Ich sage ihm auch immer, er sieht scheiße aus, aber er will sich einfach nichts von mir anhören so. Aber ich versuche das in Zukunft auch noch ein bisschen zu beeinflussen. Jetzt haben wir es ja schon mal geschafft, die selben T-Shirts anzuziehen und ich glaube, das wird schon. Aber man sieht mir stets besser auf jeden Fall. Ja, total. Also ich bin total der Schmuck-Fan, ich habe immer einen ganzen Koffer oder sogar mehrere voll mit ganz, ganz viel Silberschmuck und 10.000 Ringen. Und ansonsten Jacken, also wie gesagt, ich sammle Jacken ohne Ende, ich habe die in allen Farben und Formen, die man sich vorstellen kann. Der hat auch so ganz abgedrängte Schlüpfer. Das ist mit so Eingriff vorne auch. Und das ist extrem, also muss man sagen, schönen Style, oft auch mit so, wie nennt man das, so Pailletten besetzt und so weiter. Also der hat sehr schöne Schlüpfer, muss man sagen, sammelt er auch gerne. Also ich glaube, für uns war es einfach eine Sache, wir haben davon gehört. Und für uns als Band so ist es natürlich gut, dass wir irgendwie durch die Musik, dadurch, dass wir irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, Sachen einfach machen können und uns für Sachen engagieren können, uns für Sachen einsetzen können. Und ich glaube, dass es einfach ein ganz, ganz großes Thema ist. Und gerade natürlich bei ziemlich jungen Leuten und bei, ja, also ich weiß es natürlich, Thomas ist mein Bruder, der hat ziemlich früh auch mit solchen Sachen angefangen. Von daher, es ist einfach ein großes Thema. Und wir dachten, ey, das ist eine geile Idee, irgendwie das zu kombinieren mit einem T-Shirt und da eine große Kampagne draus zu machen und so. Und wir hatten einfach total Bock drauf. Und es ist natürlich eine geile Message und darum haben wir mitgemacht. Also natürlich war ich der Hauptbeauftragte, was das Design anging, weil ich natürlich am meisten Plan habe aus der Welt. Aber der Spruch kam natürlich von mir, das ist klar. Ja, also ich habe mich natürlich sehr an Tom orientiert und an seinen Erfahrungen und so weiter. Und wir haben einfach versucht, es kurz und knackig zu verpacken. Und ja, und ansonsten halt natürlich Totenkopf. Ich habe, glaube ich, 10.000 Totenkopf-Sachen und ich fand es extrem cool, das so zu machen. Und dann haben wir natürlich unsere Logos hier auch genommen. Also für die Sterne, ich glaube, jeder weiß ja, was es in Wirklichkeit heißen soll. Und ja, ich glaube, es ist ein cooles T-Shirt geworden. Wir mussten uns natürlich einig werden mit den Farben und so. Tom hat sich erst ein bisschen angestellt wegen dem Pink drin und so. Also ich habe, ja, genau. Aber ich glaube, letztendlich ist es ganz gut geworden. Also wir, also gerade ich habe sehr, sehr früh angefangen, selber Songs zu schreiben und so. All meine Sachen und all meine Sorgen, die ich hatte oder auch so Sachen, die ich erlebt habe, einfach aufzuschreiben und daraus Songs zu machen. Ich glaube, jeder hat da so irgendwie sein eigenes Ding. Manche Leute schreiben Tagebuch, ich habe immer Songs geschrieben. Und ich glaube, man kann natürlich irgendwie wahnsinnig viele Sachen, die einem am Herzen liegen, einfach nach außen tragen. Es ist natürlich für uns gerade eine total coole Zeit, weil wir ziemlich viele Fans haben. Wir haben die Möglichkeit, viele Konzerte zu spielen. Und wir haben die Möglichkeit, dass viele Leute uns zuhören. Und dann kann man natürlich so Sachen machen wie jetzt gerade so, dass wir einfach das nutzen können, dadurch, dass wir Musik machen und in der Öffentlichkeit stehen und uns gleichzeitig für eine gute Sache einsetzen. Und ich glaube, dass das Zuhören und dass das so viel, viel mehr Spaß macht, wenn man irgendwie von seiner Lieblingsband irgendwie so eine Message kriegt, als wenn irgendwie in der Schule ein Lehrer da steht. Vor allem von Lieblingsgitarristen natürlich so. Lieblingsband ist ein bisschen hoch gegriffen, aber... Also ich weiß ja, wie es in der Schule so ist. Die Lehrer reden darüber. Wir hatten das auch alles in der Schule und so. Ich weiß auch, dass man da eigentlich eher Kopfhörer hört und Schiffe versenken spielt, als zuzuhören. Von daher, ja, ich finde es gut, dass man das auf so einem Wege auch sagen kann. Und vor allem irgendwie auch noch ein geiles T-Shirt dazu hat. Und, ja. Und, ja.